ja ich weiß die kamera fokussiert das gerät nicht ich habe es gerade zehnmal probiert es geht nicht sehr fokussiert ist einfach nicht es ist einfach zu klein und dafür ist es aber ziemlich ziemlich geil was habe ich hier ich habe hier von der firma teltonica ein sogenanntes gateway so nennen die das ganze die haben auch glaube ich router in der bauform hier ist es wirklich aluminium und auch wirklich feste zugeschraubt das einzige was echt schade ist hier hätten die um diese bleche die hier vorne und hinten sind bei allen geräten hätten diese art dichtung mit einbringen sollen ich sag mal suchen das haben die leider vergessen aber so eine kleine gummi dichtung wäre echt noch cool gewesen so als kleiner verbesserungsvorschlag aber ansonsten geiles hammer geiles gerät wofür brauchte ich das ich brauchte das hier für ipv 64 als sms gateway da drin steckt jetzt nichts anderes als eine ganz normale sim karte und ich bediene mich einfach der funktionalität des gateways und ihr seht schon hier aus ist eine ganz normale lte oder 4g antenne wie auch immer wie ihr möchtet die ich einfach daran schrauben kann man auf der anderen seite ein ganz normaler rj 45 stecker für gigabit netzwerk auch ganz wichtig und das ganze wird hier halt eben über ich glaube 9 bis 30 volt keine ahnung was das netzteil macht über so einen ganz komischen stecker bestimmten namen bei sie nicht betrieben worüber man auch wenn man ganz pfiffig ist ich glaube modbus kommunizieren könnte das heißt irgendwelche elektronik technik über irgendwelche busse schieß mich tot alles nicht mein thema aber viel interessanter noch auf der vorderseite bekommen wir angezeigt was für eine empfangsstärke oder qualität wird das ganze hat und ob wir mit 3g oder 4g irgendwie verbunden sind ich glaube 2g gibt es bei uns in deutschland gar nicht mehr ich meine 3g gibt es schon noch deutsche bahn zum beispiel haben wir immer 3g oder auch gar kein g meistens glaube ich in der deutschen bahn haben wir glaube ich gar kein g egal worum geht es ich habe das ding nur organisiert wegen dem sms gateway wir gucken kurz auf die internetseite und ihr seht da gibt es zwei drei mehr von den teilen und das ding ich würde sonst kein video darüber machen ich brauche das nur als sms gateway hier aber es ist einfach so innovativ einfach und geil dass ich euch unbedingt zeigen musste bevor ich euch natürlich ich zeige es euch jetzt gleich noch in absolut in betrieb natürlich und ihr seht schon es gibt die unterschiedlichsten kisten und es gibt die unterschiedlichsten kisten hier bin ich mit irgendwelchen bussystem also mit modbus wohl ganz viel mit serieller konsole also die dinger sind dafür da um systeme die eigentlich autark irgendwo laufen die haben auch irgendwo das beispiel genommen von irgendeinem kleinen roboter um die sozusagen internetfähig zu machen und das ganze kann man natürlich auch ummodeln dass ich halt eben das internet über den lan port reingebe und ich kann zumal mich einfach nur der sms funktionalität von diesem hier den ich habe der trb 140 der recht nämlich vollkommen aus und der hat gigabit kann nämlich nicht alle reicht nämlich dafür vollkommen aus und wie ihr seht sind diese funktionen hier drin und mir sind zwei funktionen für euch oder drei funktionen sogar ganz ganz wichtig fangen wir mal an ja guck mal hier ist schon war ja gar drin und für die leute die ganz einfach haben wollen eine zero tier zero tier ist ja nichts anderes als war ja gerade nur ein bisschen automatisiert hier seht ihr schon modbus ist hier nämlich drin ein mqtt gateway das bringt mich auf ganz neue ideen wofür man so ein ding noch benutzen könnte dann kommen wir mal zum ganz anderen thema und halt eben natürlich dieses ganze wo ist denn überhaupt hin sms bin ich blind sms da sms status configuration und jetzt kommen dass sms read und sms via http post get und so weiter und das ganze geht sogar noch in die andere richtung das heißt ich kann zum beispiel eine sms an diese kiste hier senden einfach mit meinem handy mit einem bestimmten code drin oder wie auch immer und der hier geht hin nimmt meine sms mit dem inhalt den ich halt eben sende und kann das halt eben an irgendeinen http request sogar ein post request weiterleiten und ich kann zum beispiel irgendwelche sachen steuern ist das geil also das heißt ich sende einfach eine sms von wo egal auch immer ich irgendwo bin sende ich eine sms einfach an dieses gerät von welchem gerät auch immer ich kann vielleicht das ganze auch mit benutzerne passwort hinterlegen und kann das ganze dann auch einfach mal steuern so ich denke mal ihr seid interessiert ich schließe die kiste an und dann sehen wir uns wieder angeschlossen hochgefahren und betriebsbereit alles wunderbar ich zeige es euch einmal ganz kurz hier auf der seite dass die kamera überhaupt nicht kann man jetzt hier auf der seite die empfangs qualität sehen und hier seht ihr halt eben das netz in welches er sich eingebucht hat in meinem fall halt eben hier 4g ist ja nicht das netz ist ja im endeffekt der standard oder so nennt sich das auf jeden fall 4g zeigte hier an aber wenn ich da richtig sehe haben wir 4g in klammern lte keine ahnung ich habe mittlerweile vergessen was das alles ist lg 5g 4g werden sowieso alle von vorne bis hinten verarscht aber darum geht es nicht worum es geht ist das da das ist im endeffekt die oberfläche einmal technisch für euch noch mal was unten drunter läuft unter dieser tollen oberfläche ist open wrt das läuft so fast überall überall wo router drauf steht wo irgendeine dritte viermal hinter klebt ist meistens irgendwie open wrt durch mein open wrt heißt das open wrt darunter hier auf jeden fall und das ganze sieht halt folgendermaßen aus denkt immer dran das ganze kriegt man natürlich auch auf der teltonica seite als router das heißt zwei drei funktionen sehen wir jetzt hier in dem gateway nicht aber die die wir brauchen oder die ich haben will die haben wir natürlich also das aller aller wichtigste ist natürlich erst mal so ein bisschen dieses ganze funk netz thema weil ich will ja sms machen und ihr seht schon ihr habt ihr internal modem und mob 1s 1 a 1 wie auch immer da seht ihr ich bin ganz normal hier in medion mobile wie auch immer eingebucht jetzt kurz stopp video kurz ausmachen wer weiß was ist medion mobile klar ich habe hier einfach mal die talk karte reingeschmissen ist egal ich will nur sms verschicken und jetzt video noch mal stopp machen die frage ist ab wann schließt ja wie soll ich sagen all die talk mich aus wenn ich das ganze ich habe es ja schon integriert ich zeige es euch gleich wenn darüber mal wirklich mal so ein paar sms drüber gehen ich hoffe natürlich auf euch dass ihr eure health checks und co vernünftig einrichtet damit nicht so viele sms drüber gehen aber ich habe selber heute schon 50 sms drüber jagt ich bin mal gespannt wann all die talk mir die karte zu macht wenn ich zu viele sms rausgejagt habe aber lass uns das einfach mal abwarten kommen wir zum wichtigsten ich glaube hier oben das ist alles übersichten ihr könnt euch angucken system tralala ihr seht ja auch unter netzwerk die sim karte wahrscheinlich habe ich jetzt alles schon hier verraten lan tralala alles nicht so unwichtig oder wichtig general roots da seht ihr auch ganz normal dass das ding internet hat man kann das ding also auch als modem ganz normal nutzen dafür ist nämlich hier dieser usb anschluss da den könnt ihr einfach an den passen das gerät ballern und dann bekommt ihr über diesen usb anschluss ein ganz normales ja interface sozusagen und könnte das ganze ding als lte oder 4g modem nutzen wie gesagt denkt dran es gibt natürlich auch noch größere hier als nur den tv 140 es gibt da noch andere gerätschaft aber kommen wir mal zum wichtigsten zum viel interessantesten und das ist hier einfach unter services mobile utilities das ist ja das was wir jetzt hier haben wollen und da seht ihr jetzt ich habe alle deaktiviert es gibt vorgefertigte regeln die wir aktivieren und nutzen können um halt eben wirkliche sachen auszulösen um keine ahnung vpn ein und auszuschalten oder macht man reboot von der kiste das heißt die kiste ist halt wirklich steuerbar von außen über den weg sms aber auch ihr seht ihr ja oben steuerbar über den weg wenn das internet besteht einfach mal über die verschiedenen vpn möglichkeiten war ja gerade open vpn wir haben ja eben schon gesehen irgendwo ist auch sie gut hier versteckt aber wir wollen ja immer noch sms geld wer ihr seht schon es ist ich bin echt überzeugt von dem ding weil er kann nämlich noch viel viel mehr datei aber hier unter sms gateway ist das wichtigste drin und das ist das was ich natürlich brauche und das ist einfach das dass ich hier dieses sms geld steuern kann über ganz einfache http post and get request in meinem falle mache ich das natürlich über https und als post request damit jegliche daten halt eben auch erstmal verschlüsselt werden aber ja ich mache einfach ein post request und das ding hier jagt mir einfach wirklich selber physikalisch halt eben sms raus jetzt kommt wieder der eine oder andere dafür gibt es doch anbieter die machen das und sowieso ja na klar aber das da ist doch viel geiler das ganze selbst zu hosten die sms anbieter kosten wahrscheinlich dann selber aber das da kann ich anfassen dass da kann ich selber warten das da kann ich selber überwachen dass da hat ein kabel und ich kann es berühren ist das nicht toll deswegen mache ich lieber solche sachen aber kommen wir mal zu dem weitaus noch interessanteren denn hier seht ihr ich habe gibt ein auto reply den hatte ich eingerichtet der funktioniert komischerweise eben nicht warum der jetzt gerade eben irgendwie ach so der ist in so einem loading drin wahrscheinlich weil ich ein netzwerkkabel rausgebumst habe können wir halt eben wirklich ein auto reply machen falls ihr auf euren held check irgendwie antwortet wieder oder irgendeinen sms forwarding kann man hier auch noch einrichten das heißt ihr bekommt einfach eine sms und das ist das was ich eben sagte wir können steuern ich kann eine sms schicken du kannst vielleicht zukünftig zu ipv 64 einfach eine sms schicken beispielsweise und kannst darüber etwas steuern was auch immer ich sage jetzt einfach mal in schwierigsten fällen vielleicht sogar einfach in dns failover oder sowas die grenzen sind einfach ja unbegrenzt oder die grenzen sind nicht unbegrenzt ach wie auch immer ich habe schon irgendeine scheiße man kann es auf jeden fall so einrichten dass ich befehle von sms seit ich einfach annehme und dann hintenrum in den ganz normalen http request oder https request einpacke und dann steuerbefehle absetzen kann und wenn ich steuerbefehle absetzen kann kann ich irgendwelche automatismen halt eben losschießen und das ist das was mir wirklich 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 gefallen hat gut jetzt e mail to sms ist jetzt ja in meinem fall ist vielleicht nicht das wichtigste aber wer unbedingt will bitte gerne ja hier unter den call utilities kann man noch ein paar regeln einrichten da kann man auch sagen wenn die nachricht kommt mach halt eben irgendwie ein reboot und so weiter und so weiter was ich mir noch angucken werde ist natürlich ganz klar dieses thema mqtt broker weil wenn ich jetzt schon hier bei mir einen broker stehen habe der die ganze zeit durchläuft warum nicht auch einen mqtt broker benutzen also wunderbar ich habe mir die funktion noch nicht angeschaut aber es scheint so als wenn alles da wäre auch man kann sogar bridges einrichten man kann die security sachen mit ssl zertifikate einstellen es klingt erst mal sehr sehr interessant snp habe ich eingerichtet erst mal man sieht aber leider über mein smps in ep tool über observium sieht man leider nichts über die empfangs qualität von der enthalten antenne das sieht man nur hier drin und was auch noch mal interessant das ist eigentlich das ist schon wieder für das modbus aber trotzdem interessant was man mit der kiste machen kann dass man wirklich sagen kann data to server das heißt die daten die er halt eben trägt kann man halt eben auch einfach mal weiterleiten und für euch super bastler unter euch das ganze thema hat natürlich komplett netzwerk schnittstelle haben wir ja gerade eben schon gesagt wir haben lan wir haben mobisat und wenn wir eine netzwerk schnittstelle haben und eine lte schnittstelle haben kann man damit auch wunderbar alles mögliche an routing machen und an den wirsten spielchen die wir mit dieser kiste hier bauen können ich sage jetzt mal zum beispiel man könnte auch die einfachen security gateways hiervon gelie net wie mangos und keine ahnung was könnte man auch irgendwie ersetzen halt eben mit zum coolen teltonica den ich mir auch einfach als industrie router irgendwo in den kuhstall rein knalle denn das gehäuse ist erstmal soweit erst mal sehr robust das einzige eben schon gesagt hier müsste eine gummileiste drin sein aber das kann man auch selber aus dem baumarkt sich da zusammenfrickeln weil die teile kannst du mich ja aufschrauben und alles andere ist nämlich ein stück aluminium ich glaube viel mehr gibt es gar nicht zu entdecken jetzt wisst ihr zumindest mal worum es geht wenn ich jetzt noch mal zurück über status g overview sieht man ja alles was man irgendwie wissen muss ich bin mit meinem netzwerk verbunden kommuniziere über einen sicheren layer und nach ipv 64 und meine vpn verbindungen mittlerweile und kann halt eben von hier aus physikalisch einfach sms versenden natürlich ich weiß jetzt kommen die großkotze unter euch wenn das ganze ausmaße ausnimmt kann man sich davon zweiten hinstellen an den anderen standort oder benutzt einfach einen zweiten service von irgendeinem aus dem internet kann man zum beispiel auch machen aber jetzt in dem falle habe ich euch ja schon gesagt ein kabel anfassen ist einfach viel geiler hier nochmal die übersicht mehr gibt es im endeffekt nicht zu sehen es ist schließlich ein gateway und nicht ein router und dafür macht er diese kiste nämlich oder macht diese kiste diese arbeit einfach ultra ultra geil und das ganze über ein einzigen befehl und die sms geht raus in die weite welt an euer handy so genug gelabert ihr wollt das ganze glaube ich kill den action sehen wie ich jetzt eingerichtet habe ist noch nicht ganz final aber soweit ist das jetzt drin ipv 64 wir gucken mal rein meine health check aus meinem test account alles da ihr seht integrationen alle da und ihr seht auch man kann jetzt einfach sms hinzufügen stopp nicht alle es ist noch nicht freigeschaltet vielleicht wenn du dieses video guckst vielleicht schon weiß ich nicht muss einfach mal kontrollieren gehen für mich jetzt hier gerade eben in meinem test account bin ich vip da kann ich es halt eben einrichten und wenn ich jetzt zurückgehe seht ihr auch hier oben habe ich schon mal was eingerichtet unter integrations und da steht jetzt einfach mobil 1 ja das wird alles noch ein bisschen schöner werden ich arbeite tag für tag dran und ich drücke jetzt einfach mal auf test so und rein theoretisch wenn jetzt nichts weiter passiert ich halte mal meine uhr hierhin mal gucken das ist immer dieser typische vorführeffekt jetzt bingelt meine uhr nicht weil mein handy display anders und hier kommen gerade die sms nachrichten rein ich drücke jetzt noch mal ihr guckt aufs handy und ich drücke jetzt noch mal drauf okay ich drücke auf test achtmal drauf mal gucken da kam gerade die nachricht also sms kommt an warum bümmelt jetzt gerade meine verkackte apple watch wenn ich wahrscheinlich weil die nachricht direkt hier auf dem display ankommt und nicht irgendwie über sehen die ach wie auch immer wir machen es noch mal was mal auf ich mache es mal schneller jetzt ich drücke jetzt hier noch mal auf test test umschalten nachrichter also die sms kommt ganz wunderbar an das heißt auch ganz normal worum geht es natürlich nicht um die testnachricht zu versenden sondern wenn halt eben den helz check ganz normal offline geht oder online geht könnt ihr ja selber entscheiden soll es hat eben eine nachricht geben und das ganze ps und warum das ganze ps ist klar weil sms ist einfach und kann jeder braucht keine handy app braucht keinen speziellen bot oder sonst was das war es zu der teltonika kiste ich bin sehr froh dass ich mir für die kiste entschieden habe denn sie funktioniert einfach sehr sehr gut macht's gut bis dahin tschau